hallo und willkommen zu diesem video wie ihr sehen könnt ich glaube ihr wisst was ich vorhabe das sollte man sehen ja ich gebe gems aus für die ich werde jetzt gemmen das ist aber komm weißt du die 19 die kann ich gut ertragen auf welch ich eigentlich gerade finde Legitore spa wenn sie bekommt und ja erstes update ich habe den klang wechseln müssen denn ich das war falsch da ist auch okay es wurde gelöscht auf jeden fall wurde ich aus dem jpd-clan rausgeworfen die hat nämlich vereinbart wenn also dass die leute die nicht mithelfen dass sie gekickt werden also wirklich gar nichts machen ja das heißt mindestens ein kampf muss gemacht werden im klaren im krieg ansonsten wird man rausgekickt und ich habe gerade meinen ersten kampf abgeschlossen und da wurde ich schon gekickt also schon im kampf und ich gekickt alter und jetzt bin ich bei herr knudel wie man sehen kann ich hoffe ihr erinnert euch noch dran und leute es tut mir schrecklich leid dass gestern kein video kam und dass heute auch kein richtiges video kommt sondern halt nur so ein kleines chest opening tut mir auch mega leid also ich kann dafür nichts weil das ding ist gut vielleicht kann ich schon was aber soweit ich weiß sobald man was hochlädt kann man es eigentlich instant löschen auf seinem tablet oder wo auch immer man das hat wenn man zum beispiel sprecherplatz fehlt kann man das auf kann uns einfach löschen weil es ist ja die datei wird ja dann hochgeladen so habe ich das gedacht weil es auch bisher eigentlich immer funktioniert habe ich habe es gelöscht und die datei wurde trotzdem hochgeladen nur gestern sollte eigentlich ein neuer pubg part kommen weil ihr mir ja nicht schreibt ja also ich verstehe es nicht also ihr seid ihr sehr extrem vergesslich oder ihr guckt die videos nicht zu ende weil ich sag das immer nach oder dazu und ihr lest meinen kommentar nicht das kommt noch hinzu weil ihr schreibt irgendeine scheiße in die kommentare sorry dass ich das sage aber nicht das was ich verlangen von mir aus könnt ihr ja reinschreiben dass ich das gut gemacht habe oder was ich verbessern hätte können oder so aber oder was ihr cool findet am video ja sowas könnt ihr von mir aus reinschreiben aber wenn ich schreibe stimmt doch ab denn ich meine es stimmt niemand ab das ist es ja nicht ein also mir wird es ja schon reichen wenn wirklich eine einzige person abstimmt ja wenn ich das sage aber es macht kein schwein was mich gerade so aufregt das macht niemand liegt vielleicht aber an der abonnentenzahl neun abonnenten aber dazu habe ich auch schon was gesagt wenn ihr mehr der welt berichtet von meinem youtube channel dann kriege ich auch mehr abonnenten und ihr müsst natürlich sagen dass ich natürlich erst nächstes jahr wahrscheinlich pc bekommen was heißt bekommen ich kaufe mir selber also ja deshalb und ich fand es ich habe mich gestern so aufgeregt vor allem weil es auch schon so spät war hatte ich überhaupt keinen bock mehr aufzunehmen und jetzt heute ja gut jetzt ist auch schon 18 31 das wollte ich eigentlich auch nicht mehr machen das da werde ich noch hochladen weil das ist ja ein kurzes aber ein full video werde ich jeder wem morgen eventuell seit entschädigung oder ihr seht erst nächsten mittwoch 1 nachdem auf jeden fall kommen wir zur sache ähm wie gesagt es tut mir leid aber als das das komische war schon dass das thumbnail auf einmal weg war ja was youtube ja irgendwo her nimmt aus dem video weil ich ja kein spezifisches thumbnail habe weil ich kann auch kein zerstellen es geht nur am pc und klauen ist ein bisschen schlecht also na und äh ja dann war es weg aber ich habe mir nichts draus gemacht habe gedacht ja wenn es hochgeladen ist es wahrscheinlich dann wieder da dann hat er wieder das gleiche genommen und so auf einmal steht dieses video konnte nicht hochgeladen werden und das verteilen dass die datei daten fielen nicht einfach so wenn ich habe ich jetzt eigentlich verarschen das hat doch immer funktioniert warum funktioniert es jetzt nicht so und dann hat ein über 30 minütiges video war komplett im arsch und ich bin siebter geworden man siebter und alles ist im arsch da habe ich mir erst mal so gedacht ja kann man sich gönnen also da war ich gestern echt ein bisschen bockig hab denn so gesagt weißt du das nö nö mach ich nicht so und jetzt öffnen wir das endlich mal ich hoffe dass wieder eine legie rauskommt so wie ne würde ich nicht sagen aber der da ich hoffe es ist auch ein neuer ich hoffe eher auf ihn hier oder auf das da während wir sehen ok gut ich bin nicht der einzige das ist gut und go wir können ja sogar noch können wir noch ein fight machen wir gucken 22 episch haben wir noch davor habe ich jetzt nicht drauf geachtet das sieht sehr sehr schlecht aus das sieht sehr sehr gut aus warum sage ich sieht sehr sehr schlecht aus legie und hoffentlich eine neue please 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 es ist eine neue aber nicht wirklich die die ich haben will ok gut funki geht auch ja gut dann ziehen wir halt den funki aber so wirklich enttäuscht bin ich jetzt nicht weil es ist immer eine neue legie und jetzt finden wir noch 1 2 3 4 5 6 7 an dem bei hier mein hauptaccount da oh gott so nebenbei am rande ne da habe ich alle karten ohne scherz ich habe alle legendären karten ich habe wirklich alles was es gibt teils aus dem shop gekauft wird ne und teils halt nicht aber so hoffe es hat euch gefallen jetzt könnte man natürlich sagen macht doch noch einen kampf ich bin damit überlegen soll ich ach komm scheiß drauf ja ok komm ich mache noch einen kampf richtig ja komm richtig auch wenn ich das eigentlich ungern mache weil ich vor allem voll hoch bin und andauernd irgendwelche Typen kommen die mich dann andauernd runter werfen also mal gucken ob es jetzt funktioniert mal gucken vielleicht habe ich ja aufnahmelack ja gut soviel zum thema aufnahmelack das ist dann jetzt wohl gestrichen Digga ich bin ein gewöhnlicher 10er davor war ich ein overpowered 9er jetzt bin ich ein normaler 10er alles klar die überlebt zwei hits von meiner hexe jetzt kommt irgendwas ok jetzt kommt aber irgendwas ja da ist das irgendwas das ist ein pecker es kommt doch irgendwas von mir ok gutes spiel ok gutes spiel eiskalt die drei kronen man wow da sind die Batruhe genau und hier sind wir noch 39 jetzt ihr könnt hier gerne nachjoinen jetzt wenn es euch lieb ist ok das wars dann ciao nein sorry war ein spaß ja weil ich die abmoderation vergessen habe ich wünsche euch noch ein schönes weiteres wochenende nein aber ich wünsche euch noch ein restliches wochenende also eigentlich noch heute ein paar stündchen und morgen dann den ganzen Tag und hoffe ihr startet auch gut die nächste Woche hoffe ich auch weil ihr wisst ja Schule und so ja und ähm ich verabschiede mich dann hier wir sehen uns dementsprechend dann ok sehen tun wir uns nicht aber wir hören uns dann auf jeden Fall ja dann am Mittwoch und ich bin am überlegen was dort kommen wird vielleicht lade ich da auch PUBG hoch weil eigentlich war mir so vorgesehen Mittwoch ist der Ballertag könnte man sagen da kommt Modern Combat und äh PUBG und Dorfstag ist dann irgendwas random was ihr dann in die Kommis schreibt was aber kein Schwein macht und ja gut ja ich weiß Vielfalt ist begrenzt bei Mobile ne aber ich kann dafür nichts das sind meine Eltern ist jetzt aber nicht so dass sie es mir verbieten würden nein aber ja verbieten tun sie es mir nicht auf gar keinen Fall also wenn sie es könnten würden sie mir einen kaufen ne aber geht nicht und vor allem geht es ja auch nicht weil äh ja noch eine gewisse Person äh Bruder äh noch hier ist ändert sich aber ein paar Monaten und ich halt in meinem Zimmer kein Laden Kabel habe aber ne Dementsprechend kann auch kann ich nicht so hohen Content bringen wie der Rest der ganzen anderen YouTuber wie zum Beispiel Minecraft gut ich könnte Minecraft PI bringen das ist aber nicht so geil wie Minecraft vor allem weil du da viel länger spielen musst als Minecraft für PC und so also eigentlich ich spreche dafür weil ich spreche auch für PC weil du auf dem PC halt viel schneller äh kämpfen kannst beispielsweise viel schneller abbauen kannst viel schneller dich drehen kannst du kannst ähm dich halt viel schneller bewegen viel schneller bauen und so ja das kannst du alles in PI nicht was dort geht also und du kannst es präziser machen deshalb ja Minecraft wird dann auch erst mit PC kommen genauso wie die anderen Sachen was ja zum Beispiel auch sehr in ist finde ich äh sehe ich vor allem bei einem YouTuber bei Mafuyu X also ich weiß ja nicht ob ihr ihn kennt aber der macht ganz viele Livestreams vom Bus Simulator 2018 sowas werde ich dann auch spielen Euro Truck Simulator 2 wenn es euch nichts sagt dann sucht einfach mal das wird auch noch kommen und 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 ja und hoffe ihr folgt mir auf Insta ne ne muss jetzt nicht sein muss nicht sein aber weil ich meine ich hab da schon über 70 Abonnenten wäre schön wenn die alle mal mich abonnieren würden hier auf YouTube naja macht nichts mit neuen Abonnenten ist es auch schon relativ gut also ciao bis zum nächsten Mal aber jetzt richtig bis zum bis zum